hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen bullet journal setup es gab jetzt ja schon ich glaube zwei oder drei monate keines mehr das ist auch tatsächlich mein erstes reguläres setup während der lockdown phase hier in london sind wir nicht mehr offiziell in einem strengen lockdown aber wir sind immer noch im home office aber so langsam werden die to do's wieder mehr und da lohnt es sich für mich auch wieder das bullet journal auszupacken ich zeige euch heute gleich einmal den fertigen flip through bevor ich quasi in das setup einsteige und diesmal habe ich hinter das gemale und gezeichnet und geplane eine musik hinterlegt und ihr könnt einfach selber ein bisschen mitmachen falls ihr das ganze noch ausführlicher sehen wollt könnt ihr bei mir auf dem blog gehen da seht ihr auch noch ein bisschen mehr wofür die einzelnen seiten da sind das ist mein brain dump einfach ganz allgemein daneben ein mood tracker und außerdem habe ich noch ein einstündiges xxl paint with me video auf meinem englischen youtube kanal hochgeladen mit einer ganz tollen playlist da ist auch einfach nur musik dabei da seht ihr dieses setup in aller ausführlichkeit und seht quasi wirklich in realtime wie ich das male und könnt alles ja ganz genau nachverfolgen also falls ihr da noch mehr sehen möchtet hier auf der letzten seite habe ich noch wie immer mein habit tracker und ja ich würde sagen wir schauen uns das ganze mal an in ungefähr zehn minuten und falls ihr dann noch mehr infos braucht noch mehr details dann schaut in die infobox und gerne auf dem blog vorbei viel spaß auf dem bloggen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020